Hallo zusammen! Heute wollen wir uns anschauen, wie man binomische Formeln anwendet, wenn man Brüche in diesen Klammern stehen hat. Dazu habe ich hier vorne ein Beispiel und auch auf den anderen Seiten folgen noch ein paar verschiedene. Auch die dritte binomische Formel ist dabei und auch sowas in der Art. Wir schauen einfach mal rein. Die erste binomische Formel hätten wir hier jetzt. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr die binomischen Formeln an sich auf jeden Fall schon mal gesehen habt, aber vielleicht noch Schwierigkeiten habt, wenn da Brüche drin sind. Trotzdem gehen wir gerade ganz kurz nochmal die Formel für die erste binomische Formel durch. Das ist ja, wenn man a plus b in einer Klammer stehen hat und dann zum Quadrat, das was wir hier ja haben, wir haben hier irgendwas plus irgendwas zum Quadrat, dann sagt die erste binomische Formel, ist das a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Und das kennt ihr bestimmt. Und das wollen wir jetzt hier genau so anwenden, wie die erste binomische Formel halt eben geht. Nur, dass hier jetzt so ein Bruch drin steht. Aber das ist nichts Schlimmes. Schauen wir mal. Die erste binomische Formel sagt, wir sollen das erste, was in dieser Klammer steht, quadrieren. Das heißt, wir schnappen uns diese zwei Drittel und quadrieren die. Am besten schreibt ihr es erstmal hin und erst im zweiten Schritt kümmern wir uns dann wirklich darum, was das ist. Weil sonst hat man so Schwierigkeiten, die erste binomische Formel anzuwenden überhaupt und noch auszurechnen. Deswegen machen wir es einfach Schritt für Schritt. Wir schreiben das Element, was hier steht, was vor dem Plus steht. Das schnappt ihr euch alles, schreibt es hin in Klammern und dann zum Quadrat. Dann sagt die, kommt da ein Plus, zweimal a mal b, also zweimal das erste mal das zweite. Das heißt, zweimal das erste, was in der Klammer da steht, die zwei Drittel. Und das wird multipliziert mit dem zweiten, was in der Klammer steht, dem x. Auch erstmal hinschreiben und danach wird ausgerechnet. Dann kommt nochmal ein Plus. Und das b Quadrat, das wäre also das zweite, was in der Klammer steht zum Quadrat. Das ist jetzt hier relativ einfach, deswegen nehmen wir uns das x einfach und quadrieren das. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch da eine Klammer drumrum machen, aber es ist halt nur ein Element. Also von daher würde man das eigentlich einfach so schreiben. Gut, und jetzt gehen wir überhaupt mal dran und lösen das Ganze hier auf. Wenn ihr so eine Klammer zum Quadrat habt, dann müsst ihr dieses Quadrat auf alles, was hier in der Klammer steht, anwenden. Das heißt, auf die 2 kommt das Quadrat und auch auf die 3 muss das Quadrat angewendet werden. Das heißt, wir hätten hier 2 zum Quadrat, also 2 mal 2, das sind 4. Und unten hätten wir 3 zum Quadrat, das sind 3 mal 3, also 9. 4 Neuntel wäre das Ergebnis von hier vorne. Dann würden wir mal hier die Sachen zusammenrechnen. 2 mal 2 Drittel, also wirklich nur mal erstmal die Zahlen, die hier in diesem gemischten Teil vorkommen. Da rechnet man ja 2 mal 2, also nur die Sachen oben werden ja hier multipliziert, beziehungsweise ihr könnt euch das auch so vorstellen, die 2 könnt ihr als 2 Eintel schreiben. Und dann wird der Zähler mit dem Zähler multipliziert und der Nenner mit dem Nenner. Also 2 mal 2 sind 4 und unten hätten wir 1 mal 3 sind 3. Dann das x noch hinten dran und da hinten hätten wir das x Quadrat, mit dem nichts mehr zu machen ist. Und das wäre das Ergebnis für diese Aufgabe hier. Also man muss natürlich die erste binomische Formel im Kopf haben, wie sie geht oder irgendwo stehen haben und dann einfach anwenden, auch wenn da Brüche drin sind. Alles erstmal hinschreiben und dann gucken, wie man das löst. Und genau so gehen wir jetzt die anderen Sachen durch. Jetzt sind hier 2 Brüche drin, das macht aber auch gar nichts. Und wir haben hier ein Minus, das heißt, wir bräuchten hier die zweite binomische Formel. Schreiben wir uns die nochmal hier an die Seite. Das ist ja dann a minus b in Klammern zum Quadrat. Das wäre a Quadrat minus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Also nur das Vorzeichen hier bei diesem zweiten Teil ändert sich. Wenden wir sie an. Wir sollen als allererstes den ersten Teil quadrieren. Also alles, was vor diesem Minus steht, gehört dazu. Das schnappen wir uns, schreiben es in eine Klammer erstmal und quadrieren das Ding. Was das gleich gibt, das sehen wir dann im nächsten Schritt. Aber wir wenden jetzt wirklich einfach erstmal die zweite binomische Formel an. Dann sagt die, kommt da ein Minus hin und zweimal das erste Mal das zweite. Genauso schreiben wir das auf. Also zweimal das erste Teil, diese 4 Siebtel x und multiplizieren das noch mit dem zweiten Teil, nämlich den 1 halb y. Und danach sollen wir noch das zweite Teil hier in der Klammer multiplizieren. Also schnappt ihr euch dieses 1 halb y, genauso wie es ist, setzt es in eine Klammer und quadriert das Teil. Und jetzt heißt es, Klammern auflösen und zusammenfassen. Gerade eben habe ich euch gesagt, wenn ihr so eine Klammer zum Quadrat habt, dann müsst ihr dieses Quadrat auf alles anwenden, was hier drin steht. Also 4 zum Quadrat, das sind ja 16. Die 7 muss auch quadriert werden, das sind 49. Und das x muss auch quadriert werden, also x Quadrat. Dann machen wir mal hier ein Minus hin. Und jetzt werden alle Zahlen zusammengerechnet. Also schnappt euch da wirklich die Zahlen zusammen. 2 mal 4 Siebtel mal 1 halb. Alle Zähler werden miteinander multipliziert. Also 2 mal 4 mal 1, das sind 8. Und alle Nenner. Hier bei der 2 haben wir schon wieder, ist der Nenner 1. Also 1 mal 7 mal 2, das sind 14. Und dann alle Buchstaben noch hinten dran. x mal y. x mal y. So. Und hier hinten die Klammer auch wieder wie vorne auflösen. Das Quadrat muss auf alles hier drin angewendet werden. Also 1 zum Quadrat bleibt bei 1. 2 zum Quadrat werden 4. Und das y muss auch noch quadriert werden, also y Quadrat. Denkt also in Schritten nicht alles auf einmal. Ihr müsst ja nicht sagen, oh, ich muss jetzt 4 Siebtel quadrieren. Sondern einfach die 4 quadrieren, hinschreiben. Die 7 quadrieren, hinschreiben. Und das Ganze einfach Schritt für Schritt durchgehen. Und natürlich gibt es auch noch die dritte binomische Formel, die aber eigentlich ja schneller abgehandelt ist. Denn da haben wir sowas wie a plus b mal a minus b. Also ihr habt da zwei Klammern. Es steht in beiden dasselbe drin, aber einmal mit einem Plus und einmal mit einem Minus. Und da sagt die dritte binomische Formel, das ist a Quadrat minus b Quadrat. Also da gibt es diesen Zwischenteil mit diesem 2 mal a mal b. Gibt es ja gar nicht. Das heißt, wir sind schneller fertig. Wir nehmen uns also das erste Teil, was hier steht. Und zwar komplett. Also die 2 Drittel a machen eine Klammer drumherum und quadrieren das Ding. Das sollen wir machen. Dann kommt ein Minus. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit diesem zweiten Teil. Egal wie kompliziert das Teil aussieht, ihr schnappt euch das, macht eine Klammer drumherum und quadriert es. Und jetzt geht es ans Ausrechnen. 2 zum Quadrat, jetzt muss das Quadrat wieder auf alles hier drin angewendet werden. Also 2 Quadrat sind 4, 3 Quadrat sind 9, a zum Quadrat sind a Quadrat, das Minus dazwischen und dasselbe hier. 3 zum Quadrat sind 9, 5 zum Quadrat sind 25 und das b Quadrat nicht vergessen. Genau. Deswegen ist die dritte binomische Formel eigentlich relativ beliebt, weil man halt eben diesen Zwischenteil nicht braucht. Und wenn die Sachen jetzt noch komplizierter aussehen, so wie hier, funktioniert es aber trotzdem genauso wie eben. Also lasst euch davon gar nichts abschrecken. Das ist die zweite binomische Formel. Das ist Minus. Und wir machen es wie eben auch. Wir sollen das erste quadrieren, also a Quadrat bilden. Das heißt, ihr nehmt euch dieses ganze Teil, macht eine Klammer erstmal drum und quadriert das Ding. Dann macht ihr ein Minus, weil die zweite binomische Formel das ja sagt. Dann kommt dieser Teil mit zweimal das erste mal das zweite. Und genau so schreiben wir das hin. Zweimal das erste, auch wenn es ein bisschen viel Zeug ist. Aber wir berechnen es ja gleich erst und noch mit dem zweiten multiplizieren. Und dann kommt ja ein Plus hinten dran und wir sollen das zweite multiplizieren. Schnappt euch das ganze Ding, egal was da steht, Klammer drumherum und quadrieren. Okay, seid ihr bereit, um das aufzulösen, Schritt für Schritt? Das Quadrat muss auf jedes Teil in der Klammer angewendet werden. Das heißt, 1 zum Quadrat ist 1, 3 zum Quadrat sind 9. a Quadrat nochmal quadriert. Da werden die Hochzahlen ja miteinander multipliziert, wenn man die nochmal potenziert. Also hätten wir dann 2 mal 2, müssen wir berechnen, das sind 4. Und das b muss auch noch quadriert, nämlich dann wird das b Quadrat. Dann schnappen wir uns alle Zahlen hier in dem zweiten Teil. Das wären die da. Hätten also 2 mal 1 mal 1 sind 2. Und unten hätten wir, daran denken, dass da dann Einzel steht, 1 mal 3 mal 4. Das sind 12. Dann schnappen wir uns alle a's. Wir haben hier a Quadrat. Das wird multipliziert mit a, also mit a hoch 1. Dann kriegen wir ja, also wenn die miteinander multipliziert werden, a mal hoch 2 mal a hoch 1. Dann werden die Hochzahlen ja mit einem Plus zusammengerechnet. Also a hoch 3 kriegen wir da. Und dasselbe gilt dann hier bei dem b. Hier haben wir auch b hoch 1 mal b hoch 2. Das sind dann b hoch 3. Und dann auch die Klammer hier auflösen. Auch hier, das habt ihr jetzt gelernt, das Quadrat einfach auf jeden Teil. 1 zum Quadrat sind 1, 4 zum Quadrat sind 16, a zum Quadrat sind eben a Quadrat und noch das b Quadrat nochmal quadrieren. Dann müsst ihr die also multiplizieren, die Hochzahlen, weil da steht, ich schreibe es mal unten kurz hin, im Grunde steht das so da, b Quadrat nochmal zum Quadrat. Das sind dann b hoch 4, weil ihr eben hier 2 mal 2 rechnet. Und das war's. Genau so geht man also vor, wenn man Brüche in der Klammer bei den binomischen Formeln stehen hat. Es ist natürlich schwieriger, als hätte man einfach nur ganz normale Zahlen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, machbar. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, dann meldet euch einfach in den Kommentaren. Vielen Dank.